ja hallo und willkommen zurück zu einem kurzen test video wie ihr vielleicht seht ich hab's geschafft facecam ist endlich 4 zu 3 format ja und wo das mein namen kann ich gucken wo ich den hinrufe wenn wir schon guten platz befinden ja das video will nicht lang sein einfach nur endlich die ding weg endlich zur eingewöhnung 0 und was eignet sich der besser als minecraft und natürlich die create mod wie ich dich vermisst habe jetzt auf jeden fall viele geile neue sachen und die würde ich mit später gerne mal alle erkunden gehen aber erst mich eine sache machen und zwar pass mal auf ich hab hinten gerade irgendwo ein dorf gesehen wir nehmen uns einfach 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 alle decken lege 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 von da soll das da das haus hier mit wenn es haus safe es passt mal auf jetzt gehen wir hier an den schicken tisch wir haben jetzt hier eine empty schematic nehmen das haus gehen jetzt hier rüber jetzt brauchen wir noch eine kiste mit ähm mit chest wo wollen wir es packen wir wollen es hier hin packen ist gut genau daneben brauchen wir jetzt die kanone und jetzt gehen wir hier in die kanone rein mit der schematic packen das haus die hier rein nehmen wir jetzt hier noch eine kiste ne buch war das ne buch genau das buch brauchen wir jetzt sehen wir was wir hier rein packen müssen und zwar zwölf mal cobblestone 13 mal dirt 3 glas paints 13 mal gas und 50 mal gas block so leute jetzt schauen wir mal was wir alles haben was brauchen wir nicht trotzdem haben wir alles perfekt dann gehen wir jetzt einfach hier auf es gibt ein bisschen blocks machen jetzt auch kann da rein langes rein und start so statt schaut euch das an die habe ich damals wirklich benutzt weil ich nicht wusste das geht mega oder naja ihr werdet auf jeden fall wenn ich wieder richtig zocken kann auf jeden fall mehr von create sehen freute ich schon mal darauf und ja ich muss schauen wir euch das ab hier mal wir sehen uns gleich genau und jetzt ist es auch fertig jetzt können wir mal kurz rein gehen und die ihr werdet sehen es ist komplett identisch hey ja deshalb so für nebenbei ich hoffe es hat euch gefallen macht's gut und ciao also also eureerd Rhema und auch aus und hier